Nur so ein bisschen abschneiden verlieren wir. Da hast du so einen Kopf auf, das geht nicht. Was bleibt uns? Weg damit. Das ist so geil. Durch das Blondieren gewinnt man eine ganz andere Struktur. Ja. Geben einfach rein, macht es durcheinander, dass man da einfach Struktur aufbaut. Bei der Yvonne decke ich ganz leicht mit einer Camouflage-Creme die Hautrötungen ab. Also Yvonne, ich habe schon viele Leute gesehen, die sich verändert haben, aber bei dir ist das ja ganz extrem. Ja. Da gehört schon was dazu. Was war denn so dein Gefühl, als der Ralf da mit diesem Rasierer über deinen Kopf ging? War schon ein bisschen mulmig, aber ich habe ihm vertraut und ich meine, es ist ja auch gut geworden. Ja. Wer kann denn jetzt so kurze Haare tragen, Ralf? Was gehört da dazu? Ein bestimmtes Gesicht oder? Nein, ich sehe jemanden in die Augen und weiß, okay, er kann es machen oder nicht. Ah ja. Er hat dir eine Einstellung dazu oder nicht? Ganz genau. Und du bist...